Hallihallo Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Portal Knights. Ja, haha, ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Nero. Jo, servus. Und natürlich, äh, was heißt natürlich? Er macht's wieder alles kaputt. Ähm, ja, jetzt endlich dabei der Noxi. Hallöchen Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und wir sind diesmal jetzt alle drei, ich bin ja der Krieger noch vom letzten Mal. Der Nero ist der, äh, Wechtel, äh, Weidläufer. Und der liebe Noxi hat sich einen Zauberer gemacht. Juhu. Ja, ich bin Cinderella. Wir sind jetzt alle drei Gruppen vereint. Oh, es ist hell. Ja, meine Baumschule. Ja, und ehrlich gesagt habe ich jetzt irgendwie total verrissen, wie alles funktioniert, aber... Ist schon okay, so. Äh, ja. Wie weit seid ihr denn überhaupt? Wie sieht's denn aus? Ich bin am überlegen, was wir letztens noch machen wollten. War noch irgendwas zu bauen oder so? Das interessiert mich jetzt mal. Was sollte ich... Ach nee, ich habe alles einsortiert und die Kisten. So war's. Genau. Ich glaube, das war... Genau. Wir hatten ja Rüstung gemacht, gerade gedöhnt, gemünzt. Dann waren wir auf der Granatbucht, dann sind wir tausendmal gestorben. Genau. Und in der Granatbucht waren wir dann eigentlich hängengeblieben. Tö, ihr seid hängengeblieben. Sowieso. Okay, dann würde ich behaupten. Was? Warte mal, wie könnte... Wo hatten wir denn jetzt nochmal... Ach nee, das sind Kisten. Och nee. Was? Oh, ein Blub. Äh, du kannst dir hier, äh, bissl Rüstung rausnehmen, hier aus dem rechten Karton. Das ist zwar nicht unbedingt deine Klasse, aber... Ist halt Rüstung. Hä? Äh, ich habe schon Rüstung, die für... Moment... Was sind die Saplings? Äh... Keine Ahnung, was das für ein Ding ist, aber ich habe insgesamt 24 Rüstungspunkte. Ich glaube, das schickt er erstmal. Bist du bei den Saplings drin? Ja. Ich bin bei den Saplings drin, ja. Warte, Moment, schau mal schnell nach dem Sapling rein, ja. Ach, jetzt muss ich das wieder... Ähm... Wo hatten wir jetzt Baumwolle? Ach, Alter, Uwe, unsere Kistenaufteilung ist ein bisschen konfus. Ach, hier ist Baumwolle. Haha. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich möchte keine Kisten anfassen. Warum? Habt ihr hier komplett... Habt ihr hier komplettes Terraforming betrieben, oder was? Nö, das war ja so. Ja. Wir haben bloß das Haus aufgebaut, ja. Also... Ich hab gemerkt, die, äh, äh, Welten verändern sich. Ja. Also bei dir, äh, kann es schon wieder ganz anders sein als bei mir. Ja, zum Beispiel. Ja, hättest du mal bei mir geguckt, würdest du sehen, dass sich was verändert hat? Ich hab's bei dir... Beziehungsweise da ein Unterschied da ist. Ich hab's bei... Hab bei dir geguckt, deswegen... Hab ich's ja rausgefunden. Ha, Papageien! Ich mag die Papageien, die haben sie voll cool. Hahaha. Ähm, ja, was, 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 was wollten wir jetzt machen? Verkackt nochmal, ich weiß es nicht mehr. Was denn? Ist das neid? Ich glaub, wir wollten mal in eine andere Welt bereisen, oder? Wir waren, äh, in der Granatbucht waren wir noch nicht fertig. Sie wollten noch den Turm weiter erforschen. Genau! Genau! Der Turm! Der böse Turm! Äh, okay, dann geh ich mal hier oben in das Portal rein. Oder wollt ihr noch entleeren, oder wollt ihr einfach los? Boah, wir können einfach los, ich hab eh nur Scheiße mit. Ähm, ich hab auch nur Erde dabei. Aber, ja, ich auch 1200 Stück... ne 1000. Halt! Stopp! Zu spät. Da will man doch garmit hin. Ach. Scheiße, sie ist doch egal... Oho... 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 Wo waren wir denn? Frühlingshöhen? Ne, da waren wir noch nicht. Ich mache ein paar Löcher. Granatmucht. Genau, Stufe 7. Mach doch nicht mal, das ist kaputt. Mach ich nicht. Das ist kaputt, ist das scheiße. So, jetzt sind wir an der richtigen Welt. Ich sammle Rohstoffe, das musst du auch. Das ist ja doof, dass der die Waffe alles kaputt macht. Ja, der macht aber auch ordentlich damage, ist halt Magier. So, okay. What the fuck? Das lustige ist, nicht falls ihr euch jetzt wundert, ich habe einen neuen Charakter erstellt. Und das sagt bei mir komplett anders aus. Okay, wollen wir den Turm betreten? Ja. Mach doch das Tor hier. Okay. Dann müssen wir doch da... Unten wissen wir, ich gehe weit, weit, weit. Ich gehe mal kurz runter. Weit, weit runter, ja. Oben warten böse, böse Jungs auf uns. Ich glaube, bei uns war das so eine Art Kirche. Ua, aua. Da war vorne noch so ein kleines Tümpel davor. Ehm, hallo? Warte. Da ist ja nichts weiter. Okay. Okay. Hier oben ist nix weiter. Nöt. Also abnab. Böse, böse Jungs auf uns Da unten sind die Kerker Ja, gehen wir nach hinten Hallöchen Stimmt, warum machst du dich auch? Oh Leute, warum lasst du mich ja leider? Naja, spieg doch einfach in die Mitte Aber ganz oben auf dem Dach warten Wollen wir da lang? Doch! Ist das? Ja! Oh Mann, ey! Ich dachte das doch vorher Du würdest da hochlatschen Hey, Deutsch habe ich schon mal gehört Meine Freundin macht das öfters Okay, das ist irgendwie unangenehm, wenn du das erzählst Nein! Lass mich doch bumsen im Moment Au Okay, ist halt doch ein bisschen mehr aus Ah, da oben, guck mal Ich kann doch mal da hoch Gut, tschüss Du Arsch Wie im echten Leben Einfach mit ne Kackstulle hochgraben Klappt euch doch einfach hoch Alter, macht der Damage Alter Oh, oh Ich komm runter Oh 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 Das war stopp Ähm Wie das auch mit live? Feuergeil Ähm 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 Ja Scheiße Ich komm mal, ey, Alter Hallo Hallo Das ist nicht kaputt hier Weil das Mauerwerk ist Hallo Hä? Irgendwer ist gerade krippiert Hä, wann wird der denn weg? Verlangst hat Verlangst hat Ne, achso Die Fliecher, äh Wenn sie unter 50% live sind Dann hauen sie ab Okay Cool Oh Gott So Gehen wir runter Hui Hurrii So runter, äh wie komm ich jetzt hier Hui Wart mal noch auf Ongel Zack Bin da Wart mal noch auf Ongel Alles da näher, wo wir da dann gehen Finde ich gut Hätte auch einfach die Tür aufmachen können Hätte auch einfach die Tür aufmachen können würde ich gerade sagen Boah Habe ich dich gerade getroffen? Ich Keine Ahnung Ich weiß nicht Gerade heftiges Durcheinander Ja Was denn hier? Warte So Hier Nehmt ihr eigentlich alles mit oder? Nö 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 Das heißt alles mitnehmen Ja hier zum Beispiel Die Gitter mitnehmen und Nö Ich geh da gerne runter, achso Fuiiii Und ist hier viel mit dem Bogus, ist auch sehr sehr kaputt Ongel, pass auf dein Leben Macht man das nochmal voll? Ey alter Äh du brauchst Gegenstädte die dich heilen halt Jo Hallöchen Äh ne das ist falsch Äh Was? Äh What the fuck? Warte hier schonmal? Naja 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 Achso Hättest du so letzte Folge gesehen? Aua Sind die letzten überhaupt schon raus? Ja Äh achso Aua 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 Ach Gott die machen so viel Damage ey Äh Deswegen lag die Kackstulle hier Ich verstehe Ich verstehe Onkel spring mal kurz Nero spring mal kurz Also Onkel und Nero gleichzeitig Danke Aua Warum kriege ich jetzt die Energie abgezogen? Was machst du da? Cinderella Ich bin oben und warte auf euch Kommt hoch Ja Deswegen komm hoch Hier oben ging es doch noch weiter Ist jetzt verstanden? Warte warte ich brauch noch schnell Scheiße ich hab nix mehr irgendwie Zum heilen doch Bären Ja ich hab genug Samen aber sonst nix Ich hab nix zum heilen mitgenommen Jo net Scheiße Kann man eigentlich Gegenstände trennen mittlerweile? Trennen? Naja aus 5 macht 3 Oder aus 6 macht 3 3 Keine Ahnung Onkel Oh warte 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 Nicht irgendeine Tür aufmachen Ge weg Ja ich kann ja jetzt hier nur die ganze Zeit rumstehen Ist auch langweilig Wie viel Damage macht ihr eigentlich mittlerweile? Keine Ahnung 61 so Warte 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 Onkel? Onkel? Ich komm wieder. Keine Frage. Heute ist nicht alle Tage. Onkel sieht man wieder. Keine Frage. Cool, und wieso hat das dämliche Hightran jetzt nicht funktioniert? Zack, dann sind wir hier lang. Oh Gott, ist auch noch einer. Ah, seid die beiden tot? Ja, ja. Ja, der Hightran hat nicht funktioniert. Wie viel Rüstung habt ihr? Och, keine Ahnung, oder? So. Oh, hier war nix. Das ist doch noch einer. Was ist hier eigentlich mit? Auch nix. Mit? Mit? Alles klar. Mit? Scheiß. Warte mal auf euch. War überlieb. Na klar. Alles für Steam. Fürs Team? Fürs Team. Ach so. Ach so. Onkel, wir arbeiten auch alle in Team. Ich so leh. Ja, da lang. Oh, dass du hier nicht rennen kannst. Das finde ich durf. Also Sprinten. Man soll sie auch entdecken. Und nicht rennen. Ich muss ja die ganze Zeit zurückhalten. Möchtest du ja nicht. Oh Gott. Danke. Ich liebe dich. Ein Bär. Immer diese scheiß Zellen hier unten. Hä? Bin ich jetzt? Wieso? Ah. Hä? Hä? Ich frag nicht. Toller Hauht hört gleich voll zu. Ich will gar nicht mehr rauskommen. Ja, sorry. Hier, ich mach hier oben schon alles weg. Zum Glück hab ich genug Erzblöcke dabei. Achso, und man muss noch sagen, bei dem letzten Update wurde geupdatet, dass man endlich in der Auflösung spielen kann, in der man es auch will. Dankeschön, auf alle Fälle. Ja, danke. Wartet ja mal kurz auf mich, weil ich hab hier nur Schlicks. Ja, ja, wir sind noch hier oben. Ah, ich bin da. So, okay, dann haben wir jetzt die Kirche, äh, die Kirche sei schon den Turm durch. Ja, eigentlich schon. Also unten ist halt, äh, unten sind halt nur Feliese. Felis Navidad. Haben wir hier schon alle Portale geöffnet? Nein. Äh, keine Ahnung. Das war definitiv auch falsch. Wieso? Ach man, ich hab mich eingebaut. Scheiße. Hä? Ah, ich häng mein Gesicht im Dreck. So. Gut. Wo ist hier noch ein Portal bei euch? Seh ich dann eigentlich eure Karte? Ah, ich seh dann eure Karte. Das war geil. Ach komm, wie kommt man das Werkzeug nochmal benutzen? Ach so, jetzt muss ich mal 7 und dann... Ah, genau. Das hatten wir auch schon. Ja. Ähm. Ja, der Turm ist durch. Ja, der Turm ist durch. Jo. Da geht's raus weiter. Das Turm ist durch. Sieht so aus. Ah, jetzt haben wir gar keine Portalsteine mitgenommen. Jetzt haben wir alles vergessen. Komplett alles. Äh, ne, ich hab noch... Boah, wie viel hab ich denn mit? Äh, also, ich hab noch 24 gelbe und 27 blaue. Da kommst du ja in die ganzen... Ja, aber nur Bruchstücke, oder? Ach, Crafty-Tier halt mal kurz, ist doch kein Ding. Wann die Mama? Wann die da? Tot. Tot, tot. Er schickt auf alle Fälle, Onkel. Also, ich bin noch ein bisschen ausgerüstet. Bei den fertigen Dingen habe ich jetzt 8 gelbe und 13 blaue. Also, alles gut. Mach mal gleich mal das gelbe hier noch mit auf. Ja, Moment, ich will... Ich mach hier unten erstmal Stimmung. Aua! Pass auf, die waren Feuer-Damage und das ist ziemlich übel. Aua! Alter, hier wackelt alles. Ich war's nicht. Oh Gott, ich sterb gleich. Aaaaah! Sag, Herr Rette, dass ich sie liebe! Alter, ich bin oben auf dem Berg drauf. Voll geil! Ja, ich helfe euch! Hahahaha! Über 300, lass den Himmel verdunkeln! Ptsch! Passiert bloß, Geeks. Du schießt hier neben mich, aber da passiert nichts. Ich bin total egal, Dave. Es geht alles nur um den Effekt. Ich hör es nur noch ploppen. Haha! Chililililililil! Na, Cinderella, mach mal das Portal um. Jaha! Wir werden eh keine Ruhe haben, solange die Arschgeirchen da sind. Ach man, das ist doch scheiße gegen die. Die sind ja auch übel, es ist ja auch dunkel. Aber ich habe keine Chance hier, das ist kacke. Du brauchst unbedingt eine neue Rüstung, glaube ich. Ja. Ach die sind eh gleich tot, die sind eh gleich hell. Ja, dort. Also Cinderella, deine Waffe gefällt mir überhaupt nicht. Wieso? Mach dir alles kaputt noch. Och Onkel, hä? Ich habe doch gerade einges... Och Mann! Okay, mein größter Gegner an Port Light ist immer noch die Kameraführung. Komm, geh da, geh doch mal. Ich muss von der anderen Seite rein. Ja, hier geht's. Aber geh noch nicht durch. Ähm, haben wir jetzt... Oh, warte, 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 Ressourcen, Ressourcen. Ja, wir gehen ja eh noch nicht rein. Oh, ich vermisse die verbesserten Werkzeuge. Ja, da gehen wir halt nächstes dran. Oh ja. Wisst ihr schon, was es euch gibt? Äh... Ne, aber das Craften könnte gerne einer von euch übernehmen, weil ich blick da überhaupt nicht durch. Ne, wieso? Ich baue gerne, aber ich... Äh... Craften ist grad für... Bei dem Spiel so ein bisschen... Ja, äh... Das letzte Mal hab ich durchgeblickt, aber irgendwie bin ich jetzt so raus, dass ich das total verrissen habe, wie es funktioniert. Hä? Nix ist! Ich bin ein alter Mann, Mann. Du bist... Du bist jung und knackig, Junge. Na, jung und. Äh, und. Ja, ich auch irgendwann. Ich bin auch irgendwann mal Level 7. Level 7 ist, glaub ich, Level 8, ne? Jep. So, äh... Ähm, ähm, ähm. Das ist voll. Das ist voll. Das ist höch. Ja, ist doch schön. Ja. Arriba ab. Oh, hier ist alles voller Smaragd. Oh Gott, ich feiere das grad so hart. Granatig. Junge. Das ist voll granatig. Ha. Hamadi. Wir sind letztes Mal gar nicht so auf die Ressourcen abgegangen, ne? Mit Nero. Wir sind einfach... Nee, nur auf der einen Insel war ein bisschen Kupfergeil ansonsten. Ah, Kupfer brauchst du in der Zeit so häufig. Du brauchst eher Amethysten und Smaragdchen. Ah! Achtung hier, Gegner Böse. Was? Wo? Arg. Ja. Ja. Wo seid's dann? Was heißt der denn? Ach der. Ach ne. Was hab ich denn hier überhaupt für komische Zauberwirkungen? Blitzschlag hab ich und äh... Blitzschlag. Was? Warum hast du Blitzschlag? Du bist Krieger. Nero? Achso, du hast auch einen. So Kamerafokussierung, die nervt mich sowas von. Spieler aus der Ego-Perspektive. Wie geht denn das? Mausra... Mausrad drücken. Also die mittlere Maustaste. Ach na eh? Cool. Oder so? Ja, da machst du einen auf Minecraft, Junge, endgültig. Ich unterstütz ihn dir! Trotzdem ist die Kamera fixiert, wenn du den Gegner angreifst. Kannst doch alles stellen. Scheiße. Echt? Da gibt's doch ne Tasten. Wenn die Kamera fixiert, steht doch dort und drück die Taste, um die Kamera zu entfixieren. Was? Aber ich weiß... Aber ich weiß zumindest, was man entfixieren kann. Nämlich dieses Video. Na, Onkel? Ja, genau. Ja, genau. Genau. Das ist schon wieder so recht. Es ist schon wieder so weit. Ich brauche noch nicht an den Tag. Ja, aber ich habe gerade noch dieses grüne hessische Ding. Irgendwas kaputt. Ja, schön. Doch, wir können. Wir können. Okay. Oh, Schatzruhe. Schauen wir uns im nächsten Part nochmal um, ob wir hier irgendwie noch ein Portal vergessen haben oder so. Und dann... Und dann? Werden wir wieder ein Portal bereisen, würde ich sagen. Oder... Das ist fantastisch. Oder wollt ihr noch Ressourcen sammeln? Ja, hier unten ist auf jeden Fall eine Truhe. Die gibt's erstmal in der nächsten Folge. Ach so. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Und ja, bis dahin. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020